Ey, wüsst ihr eigentlich was das bedeutet? Ja natürlich! Für uns hier! Für mich! Und für mich! Ich glaube ich stehe jetzt... Nächstes Jahr sind es seit 40 Jahren auf irgendwelchen Bühnen und ihr seid immer noch da! Also das ist für mich nicht selbstverständlich. Und ich habe mir vorgenommen heute nicht so viel zu schreien weil ich habe immer das Gefühl ich muss so schreien in Konzernen. Das ist totaler Quatsch! Ihr hört doch alle gut, oder? Hört ihr zum Beispiel wenn ich das sage? Hört ihr das zum Beispiel? Hört ihr das zum Beispiel? Hallo! Also da muss ich ja auch gar nicht schreien! Ihr hört ja alles! Ihr seid süß! Ihr seid toll ey! Okay, let's go back to the 80s. Das ist ein alter Song. Ein wirklich alter Song. Und den haben Carlo und Jürgen damals geschrieben. Satelliten, das heißt das denn? Wer hört das? Let's go!